Servus meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen Kochvideo auf meinem Kanal. Heute kochen wir einen italienischen Rap. Das ganze Video ist zwar im Grunde wie ich bereits erwähnt habe eine Abkupferung auf Deutsch des Videos das auf meinen Food Factory Channel ist. Also wenn ihr aktiv mehr Kochvideos sehen wollt dann bitte schaut den Zweitkanal vorbei Food Factory, denn auf diesem Kanal wird nur einmal die Woche eins davon abgekupfert kommen und ja dann würde ich sagen starten wir mal. Für den Teig benötigen wir Mehl, Salz, Hefe und warmes Wasser. Das ganze geben wir in einer Schüssel wo wir es gut vermengen. Nun rollen wir den Teig aus und braten ihn in einer Pfanne ab. Wir befüllen den abgebratenen Teig mit Mascarpone, Rucola und Rohschinken und rollen ihn ein. Damit das ganze etwas knuspriger wird geben wir es in das Backrohr wo es kurz bleibt. Das war der Rap den ich gekocht habe. Ist an sich wirklich ein richtig geiles Gericht was schnell geht und auch relativ gesund ist bzw. für mich persönlich im Moment nichts da ich ja Low Carb mache. Aber wenn ihr Stress habt könnt ihr dieses Gericht durchaus schnell kochen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat lasst mir ein bisschen zu sehen. Daumen nach oben hier. Abonniert mich da unten. Hiermit bin ich raus. Ciao.